Bleibt auf euren Posten und vergesst nie, erst mal müssen sie diese Mauern bezwingen. Wir nicht. Ihr weicht nicht von der Stelle. Habt ihr schon mal mit so wenigen Leuten gekämpft? Für dich gilt nur eins. Du hältst diese Mauer. So, und nun geh auf deinen Posten. Los! Los! Untertitelung des ZDF, 2020